Musik Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von ModellbahnTV namens Anlagenträume. Und der Titel unserer Sendung verrät bereits die Richtung unserer Reise. Traumhafte Anlagen. Es gibt andere Modellbahner, die lieben Fabrikanlagen und Dreck und Schrott und Rott. Also mir ging das nicht so. Ich hatte so ein bisschen mehr die Landschaft und die intakte heile Welt, teilweise dörflich. Und so ist eben dieser Abschnitt zuerst entstanden. Wir befinden uns im Norden der Insel Skai auf der Streckenass Borwe-Uig und haben jetzt die letzten drei Bahnhöfe dargestellt. Jahreszeitlich haben wir uns im Herbst angesiedelt nach der Heidebüte. Es sind relativ wenig Bäume zu sehen, gerade im Norden Schottlands sind Bäume sehr rar. Musik Ich bin Fan und ich bin verheiratet mit dem Mann, der diese Anlage gebaut hat. So, dann müsste man Fan sein, nicht? Das hat mich schon immer fasziniert. Und darum habe ich halt mal gesagt, ich baue meine Wildwestanlage. Ich habe auch noch nie eine gesehen auf Messen oder irgendwo. Musik Wenn man heutzutage in der Weihnachtszeit durchs Erzgebirge fährt, erinnert mich das immer wieder an die Kindheit. Und daher ist diese ganze Idee entstanden. Musik Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Leute mal sehen zu lassen, dass eine Anlage eine Seele hat. Bestellen Sie per Telefon unter 081 41 53 48 10 Sie können per E-Mail bestellen unter bestellung-at-vgbahn.de Aktuelle Informationen zu unseren DVDs finden Sie im Internet unter www.modellbahn-tv.de Modellbahn-tv Grosse Bilder von der kleinen Bahn Musik 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 Musik